hallo liebe freunde von anzusehen dass wir wieder eingeschaltet haben da trägt online folge treiben sind dabei wir sind immer noch wir müssen jetzt den gründern hin wenn wir jetzt auch machen und sind bei uns mit uns kämpfen super hat gerettet jetzt geht's los dass wir auf jeden fall weiterhin gegen die hölkämpfung schön ich munter hier auch eine ganz besondere historie unser video leiten aber da lassen wir unseren kanal und wenn ihr sogar noch bonus punkte haben wollt dürft ihr auch ganz gerne einen kommentar schreiben und ich sagen natürlich ich würde mich sehr freuen wir weiterhin immer wieder so sieht es aus und wir haben sogar da könnt ihr auch gerne vorbeischauen es ist noch nicht wirklich viel los aber wir wollen aufbauen wir wollen haben wir denn zum beispiel unsere stream starten weil wir meinen vielleicht entwickelt sich dann ja eine kleine community in der mann zusammen spaß haben kann vielleicht gemeinsam noch mal irgendwas er weiß das kann ja mal alles passiert falls die sound einstellungen auch noch nicht so okay sind dürfte ich mir das auch gerne sagen denn ich muss in der zeit sich auf den rechner neu machen auch einer der gründe keine lust hatte aufzunehmen weil da momentan noch einiges kann sein dass die sound einstellen kann sein dass die soundeinstellungen 200 prozentig sind jederzeit gerne sagen aber jetzt wirst ihr es am Ende alles an die es gerne gescheit geben ich bin da sehr dämmer für würde es auch besser werden mehr schießen mehr schießen mehr alles genau Verdammt. Verdammt. ja verständlich sondern im hd hat übersehen in der maulwurf bedeutet lieben dann können wir jetzt noch mal den vier gründern helfen haltet durch und da oh ich muss den feiern das changelings using morphogenik das ist gut oh ich konnte nicht helfen das ist ja hey ja um fuh im wali die hüter weg nicht nachdem ihr so hart und die die das Das Ding ist vertuidisch, solid. Wir haben es geschafft. Gut. Wir brauchen all die Hilfe, die wir hier bekommen können. Es sieht aus, dass die Hercs auf ihre Atten auf den Link fokussieren. Ich habe für die Reinforzungen geholfen, aber die meisten unserer Linien wurden überrascht. Wir werden hier einen Stand machen und hoffen, dass der Doktor's Plan erfolgreich sein wird. Wenn nicht, wenn wir verlieren, dann wird das Tag der Dominion sterben. Es ist einer durchgekommen. Einer vor der Reihe durchge... Au. Oh, so zu reden, Odo. Wir schaffen das. Jetzt ist nicht die Zeit für diese Diskussion. Genau. Eine Zeit für Diskussion. Und du stehst da rum und machst gar nichts. Ich höre nicht mehr. Du? Ah, jetzt mal doch. Oh, sorry. Ich fühle mich. 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 Ha! Oh, gut hingesetzt hier. Super. Ich denke, wenn sie... Ich komme, wenn sie durchgehen. Wir sind alle durch. Super. Wie lange muss ich jetzt die Stellung halten? Wie lange muss ich jetzt die Stellung halten? Bijan. Garnam! hahaha! Ich bin nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei! Du kommst hier nicht vorbei Und auch du kommst hier nicht vorbei! Du wart gestern. Das säg viert hier, auf der GEST link. ja ja das kann ich heute zu essen schießen oh video narice are you hurt we're losing ground here odo keep fighting we can't hold this position much longer that's jem hadar for we're about to die doctor are you ready not without the ketra cell components needed for the cure ketra cell yes victory wait stop is life is is the 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, viele. Wir werden hier bei DS9 sein, bis mein Schiff gebraucht wird. Glücklich habe ich exklusives Recht auf das Holosim der Kampf. Die Verzahlen von diesem einzig werden den Kosten der Verbrauchungen und dann noch ein paar. Manche Tage ist es gut, die Grand Vegas zu sein. Ich mag nicht, wie nah an den Verstand wir waren. Fortunately, es gab Leute wie du da, um uns zurückzukommen aus der Brink zu bringen. All diese Verzahlen. Du hast ziemlich eine Geschichte zu erzählen. Das hat mich erinnert. Habt ihr ever gedacht, eine Holobiografie zu machen? Ich denke, deine Geschichte der Leben wäre ziemlich populär und profitabel. Ich denke, dass du ein sehr generöser Offer für die Rechte genommen hast, und du in die Höhe von den Profitern, sagen wir 25 Prozent. Ich verstehe dich. Die Offer steht, wenn du deine Meinung veränderst. Danke, großer Nagus. So, an dieser Stelle werde ich aber trotzdem mal einen kleinen Cut machen. Wir werden jetzt... ...in der nächsten Folge, wenn wir unseren Sieg über die Herc feiern, seid auch gerne mit dabei. Bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut und... ...sehen.